Bäm Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Mittwochabend. PFL ballert eine richtig geile Card raus. Justin Gaethje gegen Max Holloway um den BMF-Gürtel bei UFC 300. Und Sean Strickland hat auch wieder fleißig ausgeteilt. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. I want to fight for your chicken. I want to fight for your chicken. The King is back. Warte, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein und haben eine richtig dicke Card angekündigt bekommen. Und ja, jetzt kann man natürlich hier auch spekulieren. Dana White hat da darauf jetzt reagiert und Fights rausgehauen für UFC 300. Kurz nachdem diese Ankündigung gekommen ist. Dann gab es ja jetzt auch die Verkündung, Saudi-Arabien nicht so zufrieden gewesen mit der UFC-Card, die da auf die Beine gestellt wurden. Die haben gesagt, bitte erst im Juni, wenn der Herr Makachev auch Zeit hat. Vielleicht hängt es auch ein bisschen hiermit zusammen. Denn PFL schrägstrich oder hier versus Balleta hat eine sehr, sehr schöne Card hingezaubert. Am 24. Februar wird das Ganze stattfinden. Ich muss mich da definitiv schlau machen, wo das hier bei uns in Deutschland ausgestrahlt wird. Weil da sind sehr, sehr viele spaßige Fights mit dabei. Wir haben sehr viele Champion-versus-Champion-Fights. Wir haben Ryan Bader gegen Hennon Ferreira. Wir haben Johnny Ablin gegen Impa Kazanganai. Darf vielleicht nicht verunsichern lassen, ne? Halbschwergewicht bei PFL gegen Balleta-Mittelgewichtschampion. Wir haben Patricio Pitbull gegen Jesus Pinedo. Jason Jackson gegen Magomed. Magomed Kerimov. Also richtig viele geile Champion-versus-Champion-Fights. Wir haben Wadim Nenkow, der seinen Titel im Halbschwergewicht abgegeben hat. Der jetzt hier im Schwergewicht gegen Kapeloza kämpft. Thiago Santos gegen Joel Romero. AJ McKee gegen Clay Collard. Also kann man eigentlich noch so weitermachen. Richtig viele spaßige Fights. Genau so fängt man meiner Meinung nach das neue Jahr an, wenn man gerade Balleta und den ganzen Kader, sage ich mal, eingekauft hat und eine richtig schöne Card machen will. Das wird für mich alles jetzt für uns hier stehen und fallen. Wie verfügbar ist das? Wo kann ich das sehen? Wo kann ich das ordern? Was hat das für einen Preis? Ist die PFL noch bei The Zone involviert? Muss ich das Event extra zahlen? Das sind die ganzen Fragen, die mich jetzt beschäftigen werden. Ansonsten eine richtig spaßige Card könnte für uns ja auch wieder zu einer sehr erträglichen Zeit ausgestrahlt werden. Da sollten wir vielleicht mal wieder so einen kleinen Livestream im Hinterkopf haben. Aber von der Ankündigung her, ich freue mich richtig auf diese Card. Irgendwie gab es das Gerücht schon länger. Ich habe nicht so hundertprozentig dran geglaubt. Justin Gaethje gegen Max Holloway. Wir gehen gleich noch näher auf diesen Fight ein und was dieser Kampf bedeuten könnte, um den BMF-Gürtel im Leichtgewicht. Justin ist Favorit. Gehen ein bisschen weiter runter. Sehen wir minus 225. Holloway plus 190. Und Jim fucking Miller hat auch seinen Fight bekommen gegen Bobby Green. Und das ist ein Fight, ich möchte vorher sagen, führt den Mann nicht in Versuchung, denn Bobby Green steht in den Rankings. In den Rankings. Ziemlich deutsch ausgesprochen, in den Rankings auf Platz Nummer 14. Ich male einfach mal den Teufel an die Wand. Wenn Jim Miller hier super aussieht, sich super fühlt, bei UFC 300 reinkommt und es schafft, Bobby Green zu besiegen und damit vielleicht selber in die Rankings reinrutscht, wir gehen einfach mal diesen Weg. Dann würde ich nicht ausschließen, dass er sagt, komm, nicht jetzt in Richtung Titel, aber ich habe einen geschlagen, der steht in den Rankings auf der 14. Mal gucken, wie ich gegen den auf der 13 aussehe. Und nach dem Fight schauen wir dann weiter. Dass er einfach nur mal guckt, wie weit trägt mich denn mein alter müder Körper noch. Kann ich mir da vorstellen, auf jeden Fall ein cooler Fight, aber Bobby Green ein nicht zu unterschätzender Gegner. Absolut on point, wenn der 100% fokussiert im Octagon ist. Wenn der einen guten Tag hat, musst du wirklich aufpassen. Die beiden Fights angekündigt für UFC 300. Einige gesagt, jetzt hat Dana extra wieder gewartet, um einen Fight anzukündigen, nachdem PFL vielleicht so ein bisschen das Scheinwerferlicht auf sich ziehen wollte. Da ist dieser Fight Holloway gegen Gaethje mit Sicherheit die etwas größere Nummer. Beide sind in ihrer Gewichtsklasse so ein bisschen gerade auf der Ersatzbank und warten, wissen nicht genau, was passiert. Bekommt Justin Gaethje den Fight im Juni gegen Isla Makachev? Steht noch nicht fest. Kann er nach diesem Fight im April dann sofort wieder kämpfen, dann sofort wieder das Gewicht machen? Steht auch nicht wirklich fest. Was ist, wenn er verliert? Verspielt er damit seine Position? Was ist, wenn zeitgleich auf dieser Card ebenfalls Sarukian gegen Oliveira das absolute Feuerwerk abliefern? Einer gewinnt natürlich diesen Fight. Gaethje verliert dann auch seinen Platz. Nicht ganz ohne Risiko. Holloway in einer ebenfalls sehr, sehr guten Position im Federgewicht. Ich würde sogar sagen, dass er da sehr, sehr gut abwarten kann. Falls wirklich Volkanovski seinen Gürtel verlieren sollte, ist das ein sehr frischer, ein sehr guter Fight gegen Topudin. Natürlich kann man da jetzt auch nicht so in die Glaskugel gucken. Einmal ist Alexander Volkanovski einer der besten Fighter, den ich je gesehen habe. Das sollte man nicht außer Acht lassen, auch wenn er jetzt 35 ist. Zum anderen weiß man gerade bei Titelkämpfen nie, wenn ein dominanter Champion seinen Titel jetzt verliert, nach einigen Fights, bekommt er vielleicht direkt einen Rückkampf. War das eine knappe Nummer? War es eine Verletzung? War es irgendwas anderes, wo man sagen kann, war ein bisschen Pech mit dabei? Und Holloway muss vielleicht länger warten. Wenn es aber eine eindeutige Nummer werden sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass er reinspringt. Und ich glaube, eine Niederlage in dem BMF-Fight in der höheren Gewichtsklasse schadet ihm jetzt nicht so sehr, wie wenn Justin Gaethje in diesem Fight auf die Mütze bekommen soll. Und wir haben hier einen sehr, sehr interessanten Fight, weil das Kinn von Holloway, würde ich sagen, selten so auf die Probe gestellt worden ist, wie jetzt hier gegen Justin Gaethje. Fairerweise muss man sagen, er hat jetzt hier einiges an Vorbereitungszeit, rutscht da nicht jetzt irgendwie super kurzfristig rein, kann sich vielleicht ein bisschen besser auf die Gewichtsklasse einstellen. Grappling wird für ihn hier, glaube ich, kein Problem sein. Justin Gaethje hat, was das angeht, immer so einen kleinen Nicht-Angriffspakt in der Tasche, den er unterschrieben schon mitbringt zu jeder Schlacht. Aber die Power von Gaethje und vor allen Dingen auch die Low-Kicks, das sind zwei Sachen, da muss sich Max jetzt drauf einstellen. Wie steckt er die Power weg in dieser Gewichtsklasse? Ich habe Max selten wirklich angeklingelt gesehen, aber einmal habe ich ihn angeklingelt gesehen und das war gegen Dustin Pory, wo er wirklich, wo ich das Gefühl hatte, den Treffer hat er jetzt richtig gemerkt und viel hätte vielleicht nicht gefehlt und er fällt dann auch. Gaethje wird das mit Sicherheit noch härter auf die Probe stellen können und wenn man sich die Fights anguckt, gerade gegen Wolkanowski wo hatte Max da durchaus Probleme, vielleicht auch wegen seinem Stand, wie er steht, wie er kämpft, halt mit den Low-Kicks und da ist Justin Gaethje ebenfalls ein sehr unangenehmer Gegner. Auf der anderen Seite Holloway, tolle Kombination, kann er es vielleicht schaffen, den Powerpuncher Gaethje da irgendwie trickreich öfter zu treffen, als er ihn. Ein spannender Fight, irgendwo auch, wenn ich Bock, ich habe Bock auf den Fight, gerne schaue ich mir den an, aber irgendwie auch ein sinnloser Fight, weil man hier eigentlich Justin Gaethjes Position jetzt und wahrscheinlich hat er nicht mehr so viele Gelegenheiten, um den Titel zu kämpfen, so ein bisschen riskiert für, was kann er großartig gewinnen? Okay, er hat seinen BMF-Gürtel dann als erster verteidigt, ein komplett fiktiver Gürtel, der jetzt an keine Gewichtsklasse irgendwie auch gebunden zu sein scheint. Was ist, wenn Holloway den Gürtel da jetzt gewinnt? Nimmt er ihn dann mit und Fragen über Fragen? Ein Spaß-Fight, ich will mich nicht beschweren, die UFC 100 gehört dazu, aber so richtig sinnvoll jetzt, gerade für Justin Gaethje, der riskiert hier doch schon mehr. Holloway, der geht in höhere Gewichtsklasse, der kann da einiges gewinnen gegen einen Contender dort direkt gut aussehen, da hat er vielleicht schon seinen Weg geebnet dann für zukünftige Möglichkeiten in dieser Gewichtsklasse, aber gut, ich will mich nicht zu sehr beschweren, sollte ein richtiges Feuerwerk werden. Und ebenfalls fix zu sein scheint ja Davison Figueredo gegen Cody Garbent auch ein geiler Fight, will ich mich auch nicht drüber beschweren. Da hat sich O'Malley jetzt ein bisschen drüber ausgelassen, er und Cody haben ja so eine kleine Geschichte und ich glaube witzig, als sie so ein bisschen aufeinander getroffen sind, da war Cody noch deutlich über O'Malley, da hat man gedacht, ja, ein Kampf wird wahrscheinlich sowieso erstmal nicht kommen, ist gar nicht realistisch, so jetzt haben sich die Rollen komplett getauscht, O'Malley aktuell Champion, Cody, ich will nicht sagen, kämpft um seine Karriere, aber steht immer so ein bisschen kurz davor, dass man sagt, puh, sollte man ihm vielleicht den Ruhestand nahelegen, hat jetzt beim letzten Fight dann nochmal die Kurve bekommen, aber Davison wird nochmal eine andere Herausforderung als Brian Keller sein und das stellt halt O'Malley auch so ein bisschen in Frage und fragt, ist das sinnvoll, ein Fight gegen so einen harten Puncher wie Davison jetzt zu ziehen, hätte er nicht lieber irgendeinen anderen Fight, vielleicht gegen einen Grappler oder sowas ziehen sollen, jein, auf der einen Seite, natürlich willst du in deinen Rhythmus nach einigen Niederlagen wieder reinkommen, aber er ist ja jetzt wieder in seinen Rhythmus reinkommen, sah in seinem letzten Fight sehr gut aus, er wird diese Power Puncher oder das wird er nicht auf ewig umgehen können, gerade wenn seine Ambition ist, ich will wieder nach oben kommen, ich will wieder um den Titel kämpfen, da wird er jetzt nicht sagen, boah, gebt mir mal bitte immer die Leute, die möglichst nicht reaktionsfertig sind und schnell schlagen oder feste schlagen können, da habe ich mehr Bock drauf, früher oder später muss er natürlich auch wieder gegen solche Leute reinspringen. Gegen Figuredo wird das ein interessanter Fight, weil ich glaube, Figgy hat ja nicht nur die Power, sondern kann auch gut was wegstecken, Cody kann natürlich mit seinen Fäusten jedes Kind testen und jedes Kind auch knacken, ich glaube, dass er auch boxer-technisch so eine etwas saubere von der Technik her ist, vielleicht kann er uns da wieder so ein kleines Meisterwerk wie gegen Dominic Cruz hinzaubern, aber Davison ist ein unangenehmer, ist ein schwieriger Gegner, deswegen, das sind eigentlich für mich immer die spaßigsten Fights, wo ich fast eine Münze werfen muss, weil ich sage, kann so ausgehen, kann auch so ausgehen, in jedem Fall wird einer deutlich wieder nach oben gehen im Bantam-Gewicht und der andere wird vielleicht signifikant straucheln. Ich mag den Kerl wirklich, also von dem, was ich natürlich immer in der Öffentlichkeit von ihm sehe, für mich ein sympathischer Typ. Von seinen Interviews, ich mag auch diese Samurai-Tour, die er dann da auch durchzieht, was heißt Tour, das klingt immer so ein bisschen abwerten, ich meine einfach nur dieses Image, was er halt hat, diesen Lebensstil, finde ich gut, wie er kämpft, macht Spaß, aber trotzdem muss ich den Kerl natürlich kritisieren, wenn ich das Gefühl habe, es gibt irgendwas zu kritisieren und das sind jetzt für mich gleich zwei Sachen. Was hat er überhaupt gesagt? Einige werden sagen, Paco, was erzählst du uns hier, was du davon hältst? Sagst du erstmal, worum es überhaupt geht. Ich gucke immer nur die ersten 15 Sekunden der News und dann klicke ich weiter. Sorry Freunde, ich hau ja schon raus. War bei Erich Helvani und hat gesagt, ja, ich hatte übrigens eine schlimme Staff-Infektion, also eine schlimme Infektion, war erst in meinem Bein, ist dann durch meinen Körper gewandert, bis zu meinem Ohr. Nicht schön, Staff-Infektion, da bist du einmal, sieht ein bisschen widerlich aus am Körper, wenn es irgendwo ausbricht, plus fühlt sich halt nicht gut. Bist komplett ausgepumpt, bis ich, ich meine, ich hatte es noch nie, aber von dem, was man dann halt beobachtet, wie so eine harte Grippe, halt eine Infektion, du bist nicht 100% auf dem Damm. Hat er jetzt bei Erich Helvani rausgehauen? Zwei Sachen, die mir da sofort, also einmal natürlich, die Fans haben alle gesagt, boah, reicht dem doch mal irgendwie ein Stück Seife und keine Ahnung, natürlich die Witze kommen dann sofort. Brokaska hat gesagt, ich bin Krieger, ich werde nie aus einem Fight rausziehen. Ich habe schon oft mit Krankheit, mit Verletzungen und vielen, vielen anderen Sachen gekämpft, aber wenn du glaubst, dass du gewinnen kannst, ist der Weg immer offen dafür. Mag auch stimmen, aber der erste Punkt, der bei so einer Staff-Infektion natürlich grenzwertig ist, das ist hoch ansteckend. Und jetzt weiß ich natürlich auch nicht genau, in welchem Stadium er da gewesen ist, war er vielleicht schon nicht mehr wirklich ansteckend oder waren das jetzt nur noch die letzten Folgen, die er davon hatte, ich habe jetzt nicht genau seine Krankenakte vor mir, aber auch die Kommission versteht damit eigentlich keinen Spaß, das haben sie auch bei anderen Fightern, ich glaube Latifi war der letzte, wo die im Anschluss gesagt haben, ah interessant, Staff-Infektion, dann zahlt sie jetzt erstmal ein bisschen Strafe. Erstmal gibt es eine Anhörung, kann ja nicht sein. Ist nicht so leidlich clever, das im Nachhinein zu sagen, da sollte man den Deckmantel des Schweigens drüber legen. Zum einen, wegen der Kommission, dass die einem dann nicht nur eine Geldstrafe aufbrummen. Zum anderen aber auch, also klar, für den Gegner auch nicht schön, unabhängig von der Kommission, du kannst da möglicherweise den Gegner anstecken und das kann ja durchaus übel verlaufen. Also es gibt auch Krankheitsverläufe davon, alter Schwede, also wenn ihr googelt, MMA, Staff-Infektion und auf die Bildersuche geht, ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen kann oder ob sich dann einige direkt spontan auf den Bildschirm übergeben, nicht so schön. Das Risiko, dann setzt du deinen Gegner aus, ohne ihm Bescheid zu sagen. Der würde vielleicht vorher dann das gerne wissen und sagen, ja dann lieber nicht. Also bevor ich mir die Seuche hole und Plagg bekomme, habe ich keinen Bock drauf. Dann hätten wir vielleicht sogar insgesamt drei Punkte. Einmal die Kommission, du willst keine Strafe, dann dein Gegner, nicht sonderlich fair. Und dritter Punkt, natürlich werden jetzt einige sagen, klingt wieder nach Ausrede. Ich glaube sie. Aber natürlich kann ich auch nicht komplett ausblenden, dass einige sagen, ja komisch, da hast du jetzt einige Sachen schon erzählt. Schulter war vielleicht noch nicht so richtig. Ich war auch irgendwie gar nicht richtig ausgenockt. Ich hätte noch weiterkämpfen können. Ich hätte einen Weg gefunden. Staff-Infektion war auch noch da. Langsam wird das berühmte Buch der Ausreden immer dicker. Ich will Spokaska nicht unterstellen. Ich sage ja auch immer, es gibt durchaus legitime Begründungen für eine Niederlage. Ich glaube aber, dass man in der Öffentlichkeit damit so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Weil es sowieso die meisten Fans so auslegen werden, ja kannst ja viel erzählen und es nützt dir auch nichts. Es macht das Ergebnis ja nicht ungeschehen. Für dich selber nutzt du das natürlich in der Rückbetrachtung von diesem Fight und kannst diese Sachen für dich abhacken und sagen, boah, wenn die ganzen Fälle nicht eingetreten wären, ich hätte den vernichtet, ich hätte den fertig gemacht. Ich bin super motiviert für den nächsten Fight. Wir werden sehen. Ich sage gar nichts mehr in der Öffentlichkeit beim nächsten Fight. Wenn ich dann gewonnen habe, steht vielleicht 1-1. Dann kann er vielleicht immer noch kommen und sagen, ja, letzter Fight war nicht ideal. Ich habe jetzt allen bewiesen, dass ich es kann und jetzt mache ich es noch ein zweites Mal. Das wäre für mich so mehr der Spirit, mit dem ich Prochaska eigentlich kennengelernt habe. Wir sagen es doch regelmäßig auf diesem Kanal. Gelegenheit macht Diebe und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Mackenzie Dern, ich will nicht sagen, sie stand so ein bisschen vor den Trümmern, aber war an so einem Wendepunkt nach der letzten Niederlage gegen Jessica Andrasch, wo es richtig auf den Deckel gegeben hat. Springt jetzt rein bei UFC 298 gegen Amanda Lemosch. Springt für Tatjana Soares rein. Das ist für Dern natürlich eine super Gelegenheit und immer wieder ein Beweis dafür, wie schnell es halt gehen kann. Eine Niederlage, wo einige gesagt haben, woher reicht es beim Striking absolut nicht. Du fällst hinten über für die Top-Platzierung, geschweige den Titel. Das wird nie was. Wenn wir uns anschauen, natürlich Wei Li, Champion in dieser Division. Tatjana Soares fällt jetzt verletzt aus. Sie sagt selber nur eine kleine Verletzung. Sie wollte den Fight aufschieben. Wenn ich mir den Kampfrekord angucke von Tatjana Soares, ich meine, eine super Ringerin, eine super Grapplerin, aber 10 Fights in knapp 10 Jahren, das ist nicht viel. 33 Jahre alt. Sie hat, wenn wir uns anschauen, Alexa Grasso, Carla Esparza, Jessica Andrasch, das sind drei ehemalige Champions. Also definitiv gute Competition gekämpft und auch gute Competition schon submitted. Also alle drei Champion da. Klar, war noch zu einer anderen Zeit. 2018 mittlerweile auch schon einige Jahre her, aber trotzdem. Die Anlagen sind da, aber immer wieder, also hier sehen wir auch so eine Ansammlung, wo es irgendwelche Verletzungen gegeben hat, wo sie rausgezogen hat, wo sie einfach nicht aktiv gewesen ist. Damit will ich ja keinen Vorwurf machen, aber einfach mal feststellen, das ist ja so ein bisschen, die Älteren von euch werden sich noch erinnern an Sebastian Deißler, den Deißler-Effekt, dass, und damit meine ich jetzt nicht die Psyche, sondern dein Körper manchmal für Profisport vielleicht nicht so gemacht ist, wie du dir das selber vorstellst. Der der Belastung nicht standhält, im Training, im Alltag und dass das halt immer in vermehrten Verletzungen resultiert. Ich hoffe, dass es wirklich nur eine kleine Verletzung ist und sie zurückkommt, aber ich habe es gesagt, seit 2014 zehn Fights, auch wenn die beeindruckend abgelaufen sind und sehr, sehr dominant, das ist irgendwo zu wenig. Ist allerdings jetzt die Chance für McKenzie Dörn, die jetzt stark zurückkommen kann, ob Amanda Lemosch, die in einigen Dingen so ein bisschen das Spiegelbild ist von Jessica Andrasch, jetzt die richtige Gegnerin ist, um zurückzukommen und die nicht optimale Striking-Defensive zu testen, das sei dahingestellt, aber sie ist jetzt auch in der Situation, sie ergreift einfach die Gelegenheit. Sie versucht es einfach besser zu machen als beim letzten Mal. Ich bin sehr skeptisch, dass sie es schaffen kann. Ich glaube, Lemosch schlägt zu hart und das Striking ist einfach nicht da von McKenzie Dörn, da hat sie nicht die Fortschritte gemacht, die sie vielleicht selber geglaubt hat. Wenn sie den Fight früher auf den Boden bringen kann, klar hat sie eine Chance, aber das sagt man gefühlt bei jedem Fight von McKenzie Dörn. Trotzdem muss sie jetzt reinspringen, wenn sie da noch nach oben kommen will, dann muss sie so eine Gelegenheit natürlich beim Shop verpacken. Mal gucken, vielleicht schafft sie es da wirklich für die, für mich recht große Sensation zu sorgen. DC und Jim Miller, das ist eine Nummer, die hatten wir schon mal vor einiger Zeit. DC ist nach wie vor nicht der Meinung, Jim Miller gehört in die Hall of Fame. Und er hat das schon irgendwo für mich schlüssig begründet. Er sagt, also natürlich sagt er, ich habe natürlich nichts gegen Jim Miller. Und wenn man sich anguckt, 45 oder wie viel, 43 Kämpfe in der UFC, das ist ja Wahnsinn. Über so eine lange Zeitspanne dort zu sein und auch die meisten Siege, die er hat. Wie viel hat er? Ich glaube, 26 Siege in der UFC. Klar, dann auch irgendwie 17, 16 Niederlagen, aber diese 26 Siege, natürlich ein Rekord. DC sagt jetzt aber hier, wenn wir ihn wegen diesem Rekord aufnehmen in die Hall of Fame und irgendwann kommt einer, der diesen Rekord bricht, mit welcher Begründung steht er dann noch in der Hall of Fame? Nur weil er dann der Erste gewesen ist, der diese Grenze erreicht hat. Ich verstehe seine Begründung schon sehr gut, dass halt irgendwo auch die Ergebnisse stimmen müssen und in Titelnähe vielleicht sogar einen Titel geholt haben müssen, aber einige Sachen könnte man dann natürlich bei vielen Fightern anbringen, bei vielleicht auch einigen Champions anbringen, wenn dann einfach noch irgendwann Leute kommen, die es noch besser gemacht haben, noch mehr Titel gewonnen haben. Gut, rein an Champions, so groß ist dann die Hall of Fame nicht, vielleicht gehört auch einfach jeder, der auch nur einmal den Titel besessen hat, in die Hall of Fame. Es gibt ja immer so ein kleines Schlupfloch, dass man einige Fighter für einzelne Fights schon in die Hall of Fame, ich glaube auch, so ist Robbie Lawler in der Hall of Fame gelangt, wobei ich auch bei Robbie sagen würde, pack den bitte auch so in die Hall of Fame, wenn er nicht sowieso schon da ist, wenn er will ich jetzt nichts Falsches sagen. Jim Miller ist für mich wirklich so ein Grenzfall. Ja, er ist sehr lange dabei, er ist sehr langlebig, es gab auf, es gab ups und er ist jetzt immer noch mit über 40 mit dabei und liefert auch noch geile Fals ab, wird jetzt bei UFC 300 dabei sein, aber reicht halt diese Langlebigkeit, reichen diese 26 Siege, vielleicht holt Charles Oliveira die Siege noch ein, vielleicht packt Jim Miller noch einige drauf, die Frage ist dann natürlich auch, wenn man sich anschaut, die letzten 10 Fals, gegen welche Competition hat Charles Oliveira gekämpft, gegen welche Competition hat Jim Miller gekämpft, da wird es natürlich schwieriger für Charles, genauso viele Siege noch zu holen, einfach weil die Competition so viel besser wird und dann auch mal den einen oder anderen Fight verlierst. Ich verstehe es schon von DC, ich glaube aber, dass die UFC hin und wieder sowas braucht. Die UFC muss meiner Meinung nach das, nennt das meinetwegen auch politisch, aber für den, für den normalen Fighter, für den Fighter, der vielleicht nicht Champion Level erreicht, der aber da ist, der bei jeder Card mit den Grundstein liefert, der bei den Prillams abliefert, der auch vielleicht bei der Main Card anfängt, dem auch die Hoffnung zu geben, dem auch die Anerkennung, Wertschätzung zu geben, zu sagen, hey, auch du kannst in die Hall of Fame kommen, auch wenn du keinen Titel erreicht hast. So einfach als, ja, der Mann für den kleinen Mann, für die einfachen Leute, jetzt unter den Fightern gesprochen und Jim Miller damit so symbolisch zu zeigen, du kannst auch bis ganz nach oben kommen, selbst wenn du in den Titel nicht gewonnen haben solltest, aber wir wissen, deine Leistung dennoch zu würdigen. Unter dem Gesichtspunkt würde ich schon sagen, hin und wieder würde so eine Hall of Fame der UFC, so ein Typ wie Jim Miller doch ganz gut tun. Was meint ihr? Ja, ich habe genau gemerkt, dass ich Aufs und Abs gesagt habe, aber ich war so im Redeflow, bleibt einfach drin. Strickland gegen Duplessis. Das ist ein Fight, der uns jetzt kommendes Wochenende begleiten wird und einige Fighter haben schon ihre Tipps abgegeben. Die schauen wir uns auch ganz kurz an. Strickland ist noch der kleine Favorit aktuell. Izzy hat auch für mich einen interessanten Tipp abgegeben, aber ich fasse mich mal relativ kurz. Die meisten Fighter glauben, das wird eine knappe Nummer und die meisten Fighter glauben auch, dass sich Strickland durchsetzen wird. Nur Robertson glaubt, dass es Duplessis machen wird, aber, also sie sagt auch, beide haben einen sehr merkwürdigen Stil, sehr unorthodoxen Stil. Er duplessis hat aber so eine Nasenlänge vorn. Alle anderen sagen, nee, Strickland wird es schon machen, der hat es auch geschafft gegen Izzy. Er wird es auch gegen ihn schaffen. Und auch Izzy hat sich geäußert und sich auch intensiv über Strickland nochmal positioniert und er glaubt, dass Duplessis der Sieger sein wird in diesem Fight. Und er glaubt auch, dass es einen Finish geben wird. Und er sagt ja auch ganz klar, natürlich respektiere ich die Skills von Strickland, wie könnte ich auch nicht, er hat mich besiegt, aber er tendiert trotzdem zu Drickles Duplessis in seinem Breakdown, dass er glaubt, er wird Strickland hier besiegen. Und Izzy hat nochmal sich zu der Situation geäußert, wo Strickland da komplett ausgeflippt ist. Und Strickland hat er jetzt schon angedroht, er habe Drickles Duplessis eine Nachricht geschickt. Wenn du das Thema jetzt letztens mit der Kindheit und meinem Vater, wenn du das nochmal auf den Tisch bringst, dann gehe ich in den Knast in Kanada, weil dann werde ich dich abstechen. Okay, also da sagt, da ist natürlich jetzt auch, nimmt Duplessis diese Stallvorlage jetzt hin, sagt er ihm jetzt, okay, weißt du was, komm, machen wir darum einfach nur umkurven wir das Thema. Oder sagt er, ja gut, dann schauen wir mal, was du machst. Security wird sowieso da sein, bitte, dann provoziere ich dich nochmal. Ich glaube, Drickles würde es clever machen, wenn er nicht unbedingt dieses Thema erneut nimmt, aber wenn er einfach nur auf die große Bühne geht, auf die große Bühne bringt, die Frage, warum kannst du denn so gut austeilen, aber so schlecht einstecken? Dann würde er nicht nochmal in diese untere Schublade greifen, aber trotzdem irgendwo das Thema präsent halten. Denn darauf ist auch Izzy eingegangen. Izzy hat auch gesagt, er sagt, das ist schon witzig, weil er musste sich selber einige Sachen anhören von Strickland, dass er der Soyboy wäre und andere Sachen. Und Strickland hat ja auch nochmal nachgelegt jetzt gegen Izzy. Und er sagt, trotzdem war Strickland derjenige, der dann am Weinen war im Oktagon und Izzy hat noch zu ihm dann mehr oder weniger spaßsalber gesagt, hör auf zu weinen, zu weinen wie so eine Bitch, du bist jetzt Champion. Ja, ich glaube, das sind einige Sachen, die Izzy doch schon so ein bisschen nachhingen von dem Trash-Talk, den auch Strickland gegen ihn gemacht hat. Strickland hat gleich nochmal nachgelegt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und Izzy hat halt auch gesagt, dass er so getriggert wurde, zeigt, dass Strickles damit einfach Erfolg hat. Und einige Fighter würden alles tun, um einen Vorteil zu haben. Er sagt, einige, die nehmen Stoff, einige, die nehmen alle Themen, die die kriegen können, einfach nur um dich zu treffen, einfach um irgendwo einen Vorteil zu haben. Und er sagt, einige haben so einen Kodex, den die niedergeschrieben haben, aber vielleicht auch auf sich bezogen sagt, so ein Kodex, der kann auch nochmal neu geschrieben werden. Zu Duplessis sagt er auf jeden Fall, das ist ein echter Typ, aber vor der Kamera verhält er sich halt komplett fake. Wenn Du ihn so triffst, ist er in Ordnung. Ein gerader Typ, aber halt für die Kamera spielt er halt so eine Person ab. Und ja gut, natürlich, das kann er halt nicht leiden. Zum Fight, da gibt er auch so eine kleine Analyse, Prognose ab, sagt, er glaubt, dass Strickles seine Ringen einsetzen wird, im Stand beginnen wird, mit seinem merkwürdigen Offbeat-Rhythmus versuchen wird, Strickland ein bisschen zu stören. Strickland wird seinerseits mit dem Jab gut, antworten und dann wird Drickles Duplessis vielleicht eher früher als später mit seinem Ringen versuchen, den Fall zu dominieren. Izzy kann auch nicht anders, also ich mein, ich mag Izzy, aber ich habe manchmal das Gefühl, Isola Dasanya ist, und das ist jetzt von mir wieder natürlich nur so eine Fernanalyse, ist halt so ein Kerl, der gerne alle Antworten kennt. Und ich glaube, manchmal kennst du nicht alle Antworten. Er sagt dir auch, ja, den Jab, den hab ich schon ganz gut in dem Fight auch erkannt, wie Strickland damit arbeitet, aber ich hatte andere Probleme, nicht mit Strickland in diesem Fight, sondern mehr mit mir. Ich habe das Gefühl, manchmal will er einfach alle Antworten kennen und manchmal kennst du nicht alle Antworten. Manchmal ist einfach die Antwort vielleicht sogar so simpel, dass du gar nicht drauf kommst oder gar nicht drauf kommen willst, ob du einen schlechten Tag hast, ob du einfach die Hosen voll hast, ob du ausgebrannt bist oder irgendwelche anderen Sachen. Oder du hast manchmal einfach nicht die Antwort und dann ist das so. Dann kannst du keinen cleveren Spruch bringen, dann kannst du es nicht super analysieren, dann musst du das manchmal auch einfach abhaken. So viel dazu, aber Izzy, natürlich verstehe ich, dass er jetzt, weil er selber im Fokus war, unabhängig davon, ich will das Thema jetzt gar nicht nochmal, obwohl ich mache es gleich auf, wenn Strickland noch was dazu sagt, er war selber natürlich im Fokus vom Trash-Talk von Strickland und sieht jetzt, wie Strickland selber so ein bisschen den Geduldsfaden ist ihm gerissen und er sagt, ja komisch, wenn andere sowas bei dir machen, dann findest du es plötzlich nicht so lustig. Ja, vielleicht Äpfel und Bier, weil die Themen völlig andere sind, aber dass es da vielleicht so eine leichte Genugtuung gibt bei Isola Dasanya, kann man vielleicht nicht komplett von der Hand weisen. Er soll ja wohl auch bei UFC 297 Cage-Side sitzen. Können wir uns wahrscheinlich denken, dass die UFC direkt die Kamera aufhinhalten wird und gucken wird, springt er danach in den Käfig oder wird er reingebracht, gibt es eine Konfrontation, wir brauchen ja noch so einen richtigen Main-Event für UFC 300, wird Isi dafür fit sein, wird er wieder eine nette Ansprache in Richtung Duplessis machen, je nachdem natürlich wer diesen Fight gewinnen sollte. Isi wird da sein und wenn Isi da ist, glaube ich, dann wird er im Anschluss auch irgendwie involviert sein. Damit kommen wir zu Strickland, habe ja gerade gesagt, dass er der Messerstecher werden will gegen Drickles Duplessis. Halte ich nicht für sonderlich ratsam. Ich glaube, also, da muss man jetzt kein Brain sein, um das nicht für ratsam zu halten, aber da ist halt so eine Sache, klar verstehe ich, wenn dich das einmal emotional mitnimmt und du sagst, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, aber du bekommst ja wenige Stunden die Möglichkeit, diesem Mann legal dem größtmöglichen Schaden, bis der Referee eingreift, zuzufügen. Ihn für jedes seiner Worte, was für dich fälschlicherweise gefallen ist, bezahlen zu lassen. Da sollte man versuchen, vielleicht die Emotionen im Griff zu haben. Dann vielleicht sogar lieber eine No-Show zu machen und dann entweder bei der Pressekonferenz rauszugehen oder gar nicht erst zu erscheinen, mit den Sanktionen der UFC klarzukommen, bevor man wirklich sagt, ich habe hier irgendwie noch einen kleinen Dolch im Stiefel und lass dann da Fluch der Karibek los. Das wäre so mein Tipp dafür, weil er bekommt ja die Gelegenheit, alles zu machen, was er will. Strickland hat aber auch nochmal gegen Izzy nachgetreten und ihm, warum er halt so zerbröselt ist, wie so ein Keks. Und er sagt, keiner ist unbesiegbar. Früher oder später verliert jeder und er selbst sei sich dessen durchaus bewusst, andere aber vielleicht nicht. Und er sagt, man wird nicht nie so wie Izzy mit dieser ganzen Entourage sehen, mit irgendwie in so einem Wasserbad mit Rosenblütenblättern, das ist alles gar nicht sein Style. Er sei ein einfacher Typ, er sei sich darüber bewusst, dass er besiegt werden kann und dass irgendwann jeder auch geschlagen werden wird. Er sagt, wenn du halt, unterbringt er nochmal die Nummer, Sex mit deinem Hund hattest und wenn man das erwähnt, du dann zerbröselst und danach auch mit Trunkenheit am Steuer erwischt wirst, er sagt, ich bin nicht so, weil ich ein normaler Typ bin und ich bin mir auch darüber im Klaren, ich bin ja ein Irrer. Er sagt, ich ziehe meine Klamotten aus und kämpfe für die Unterhaltung von allen. Hier beim Training opfere ich jedes Mal beim Sparren Gehirnzellen. Er nimmt sich also da selbst nicht so wichtig. Ja, die Nummer mit, gut, er hat jetzt nochmal Izzy und seinen Hund erwähnt, das hat er ja auch schon auf der Presskonferenz gemacht. Izzy ging das scheinbar nah beziehungsweise das hat ihn schon bedrückt, weil er diesen Hund einfach als Familienmitglied gesehen hat. Gut, jetzt werden einige von euch sagen, wenn diese Vorwürfe, ich meine, da gibt es ja irgendwie auch ein Video, ich habe mir das Video nie angeguckt, das ist nicht meine Tasse Tee. Aber einige von euch gesagt, ja wirklich, da hat er irgendwie Hand angelegt, ist ja noch schlimmer, wenn er den Hund als Familienmitglied bezeichnet, dann ist er nachher noch in Zucht. Dass man darüber dann vielleicht seine Späßchen oder sowas macht, okay. Für Izzy war es aber nicht okay. Ob das jetzt nach unserem moralischen Kompass okay ist oder fair ist, whatever. Aber seine Reaktion für sich war halt nicht okay. Für mich ist er da zu weit gegangen. Und dass dann auch Strickland diese Trunkenheit am Steuer und dass er zerbröselt ist, dass er das dann alles wieder darauf bezieht, schwierig für mich. Die Trunkenheit am Steuer, da dürfen wir nicht vergessen, das war glaube ich minimal über dem Wert. Ich schätze das so ein, Izzy hat da irgendwie mit ein paar Kumpels, was weiß ich, entweder ein Sixpack oder wenn er mehr Klasse hat, ein bisschen Wein, ich trinke nichts von beiden. Ein, zwei, drei Gläser getrunken, war dann vielleicht ein bisschen über dem Limit, hat sich überschätzt und ist gefahren. Das war jetzt nicht, boah, ich habe verloren, ich gebe mir die Kante und ich bin in Schlangenlinien von der Polizei angehalten worden. Und zerbröselt, ja, er kam in diesem Fight nicht richtig, wie so ein alter Dieselmotor, der kam irgendwie nicht richtig zum Starten, aber es war auch nicht so, dass Izzy jetzt komplett auseinandergefallen ist. Ja, alarmierend, zum Schluss, die letzten 10, 15 Sekunden, wo ein schreiender Strickland vor ihm stand, da würde ich bei Izzy eigentlich erwarten, dass der nochmal durchlädt und einen rausballert. Da schien er geschlagen zu sein, aber komplett zerbröselt. Ja, man macht manchmal so ein bisschen mehr draus vielleicht, als es eigentlich ist. Strickland ist nach wie vor im Dauerfeuermodus, da hat jetzt diese Nummer, dass er in der Talkshow da jetzt oder im Podcast geweint hat, hat jetzt daran nichts für ihn geändert. Er wollte ihn da wirklich beißen, er war einfach so sauer und so in diesem Moment, er hat noch versucht darüber nachzudenken, er glaubt aber, wenn es länger gegangen wäre, dann hätte er eben ein Stück rausgebissen, halt a la Mike Tyson. Ja, da hat er sich vielleicht nicht ganz unter Kontrolle, auch gegen Colby hat er nochmal nachgeschossen und gesagt, war ja peinlich, Trump läuft bei seiner Ansprache raus, der kriecht ihm da quasi noch in den Arsch. Er versteht, dass man ein bisschen WWE, ein bisschen Charakter macht, auch in der UFC, aber so ein bisschen Echtheit muss irgendwo dahinterstehen und Colby ist einfach komplett fake als Persona und deswegen kann er den nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein Fight, den kann ich mir gut vorstellen, weil es Strickland den Titel verliert, würde Colby jetzt da nicht direkt wieder den nächsten Titleshot geben und wenn Colby vielleicht sagt, Mittelgewicht. Er will ja scheinbar nicht ins Gleichgewicht und unter uns, ich finde auch, dass er Mittelgewicht von der Körpergröße und von der Reichweite und auch von der Muskelmasse nicht gut aufgehoben ist, aber so ein Fight gegen Strickland, den kann ich mir vorstellen, dass Colby da noch versuchen könnte, vielleicht kann ich den wirklich mit meinem Ringen auf den Boden bringen, dort halten und vielleicht geht danach was in dieser Gewichtsklasse oder es ist einfach nochmal für ihn ein guter Moneyfight, weil Strickland gegen Colby Pressekonferenz, ich glaube da werden wahnsinnig viele Leute einschalten. Also Strickland ist nach wie vor im Dauerfeuermodus, ich bin sehr gespannt, wie die Pressekonferenz jetzt ablaufen wird, wie sich Dricus dort verhalten wird, er hat sich für mich, er hat definitiv eine Grenze überschritten, im Anschluss aber mit dieser Schlägerei und dann auch keine Anzeige erstattet und so, da ganz gut verhalten, ich würde mir wünschen, dass er da sauber rausgeht und jetzt nicht nochmal, weil, sind wir mal ehrlich, was ist das denn für ein Gag, ich schlage dich so, wie dein Vater dich früher geschlagen hat oder missbraucht hat. Das ist halt super asozial, wenn er das rauslässt und dann einfach nur sagt, scheinbar kannst du es nicht so gut einstecken, wie du es austeilen kannst, dann kann er damit vielleicht den ein oder anderen Treffer landen, ohne aber wieder diese böse Tür mit aufzumachen. Ich bin gespannt, wie Strickland darauf reagiert, ich schätze ihn jetzt schon als sehr emotional auf der Pressekonferenz ein und ich bin natürlich auch gespannt, ob das seine Art zu kämpfen irgendwie beeinflusst. Zwei kurze Meldungen noch zum Schluss, einmal Joe Rogan wird nicht bei UFC 297 mit am Kommentatorenpult sitzen, wird von Dominic Cruz ersetzt. Joe Rogan lebt einfach sein Leben. Der hat keinen Bock, irgendwo aus den USA auszureisen, selbst wenn es nur Kanada ist, sagt sich, nee, Reisestrapazen, Zoll und der ganze Riss, einfach keinen Bock drauf, schaue ich mir das irgendwo zu Hause an, beim Joe Rogan-Studio mit ein paar Kumpels, der lebt sein Leben. Ich glaube auch, dass Joe Rogan nicht mehr lange als Kommentator am Start sein wird. Dieses Jahr, glaube ich, gebe ich ihm noch, aber nächstes Jahr bin ich schon skeptisch, dass er da einfach sagt, ach, ich bin raus. Er kriegt auch mittlerweile immer mehr Kritik, immer mehr Fans, ich persönlich nicht, ich nehme Joe als das mit, was er halt ist, der ein bisschen für den Hype sorgt und angenehm immer seine Stimme zu holen und zu hören und wenn er dann auch immer ein bisschen in Bro-Science ausartet, aber es gibt immer mehr fachliche Kritik von einigen, dass er halt immer voreingenommen ist bei einigen Sachen und ich glaube, da hat er irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Dann er sagt, weißt du was, das gebe ich mir nicht und schaue ich mir das alles immer nur privat an, dann kann er vielleicht in seinem Podcast auch nochmal mehr Sachen raushauen, die er vielleicht jetzt als Angestellter der UFC nicht kann. Dominik Cruz wird auf jeden Fall jetzt mit am Start sein und zum Schluss Johnny Walker, der Blick spricht hier ein bisschen Bände auch hier von seiner Lebensgefährtin, ich glaube von seiner Frau. Ich muss sagen, er hat ein Statement rausgehauen und hat gesagt, Glückwunsch an Kalaiv, hoffe, dass er jetzt auch den Titel holt, er wird bald wieder im Trainingsraum zurück sein, versuchen es besser zu machen. Was ich bei Johnny Walker wirklich bewundere, ist diese Stehauf-Mentalität. Immer wieder, wenn er niedergeschlagen wird, doch zurückzukommen. Er hat sich da ein bisschen auf seinen Coach John Kavaner bezogen, dieses entweder gewinnen oder lernen, halt verlieren gibt es nicht. Ja, einige werden sagen, verlieren gibt es doch, gerade wenn du bewusstlos auf dem Boden liegst. Johnny ist halt ein körperliches Phänomen, ein super athletischer Typ, aber ich glaube wirklich, dass er nicht alle Sachen so auf die Kette bekommt, um ganz nach oben zu kommen in Titelnähe. Dafür ist das Kinn einfach zu wackelig, wenn er da getroffen wird und einige Entscheidungen im Oktagon einfach nicht gut genug. Und die Fighter haben es mittlerweile begriffen. Du musst seine wilden Eskapaden so ein bisschen und ich meine, das wäre im ersten Fight für Anker Lajev schon fast in die Hose gegangen. Wenn dieses Flying nie trifft, zumindest ist er wackelig. Ob er ausgenockt ist, will ich jetzt nicht prophezeien, aber wackelig ist er auf jeden Fall. Das heißt, es kann immer sein bei einem Johnny Walker Fight. Aber wenn man sich halt auch insgesamt die letzten Fights anguckt, wenn es gegen vielleicht Leute gibt, die am unteren Ende der Top 15 sind, dann klappen diese Highlight Reel Finishes immer noch. Wenn es aber wirklich gegen die absoluten Top Jungs geht, die sich mittlerweile darauf eingestellt haben, lasst den wild sein am Anfang. Danach fange ich den schon ein, da bekommt er einfach Probleme. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich rumreißen kann, ob man sein Kinn verbessern kann, ob er seinen Kampfstil so um 180 Grad wenden kann und, weiß ich nicht, zwei Jahre nach Dagestan in den Bergen verschwindet und dann als wirklich Grapplingmaschine wieder rauskommt. Er ist ja auch in allen Aspekten nicht schlecht, aber für einen Tile Run habe ich persönlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, das Kinn hält dem einfach für mich nicht stand. Aber trotzdem Respekt, immer wieder nach vorne zu blicken. Für ihn wird das jetzt, wenn so ein Spinner wie ich hier solche Sachen raushaut, definitiv Antrieb sein, dass er sagt, ich werde es allen zeigen und gut für ihn, Respekt, Hut ab, dass er sich da nicht unterkriegen lässt und immer weiter nach vorne blickt. Wir blicken auch nach vorne und jetzt erstmal zum Ende dieser Episode. Wie immer danke ich euch sehr fürs Einschalten. Passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight! Outro After Das ist's We African Das ist's Der Start, das ist es.